Unfassbar. Präparierte Nägel im Wald des Bräuberger Ortsteils Rai Breitenbach in unmittelbarer Nähe der offiziellen Mountainbike-Strecke. Zwei Stellen im Wald wurden am Montag hier bisher gefunden. Wir treffen Andreas Löffler. Er führt Mountainbike-Fahrer durch den Odenwald. Was geht jetzt in den Menschen vor, dass er jetzt halt hier auch Jugendliche oder Wanderertiere, alles Mögliche gefährdet und halt in Kauf nimmt, dass es auch schwerste Verletzungen geben kann? Was ist die Vorgeschichte, dass man so einen Hass entwickelt? Die Mountainbike-Strecke zwischen Sophienhof und der Basaltgrube. Ist hier ein Fahrradhasser, ein Wandererhasser oder ein Tierhasser unterwegs? Denn auch Tiere könnten sich an den Nägeln verletzen. Die wurden eingeschlagen und die Köpfe abgeknipst, so sind sie gefährlich scharf. Es finden sich aber in der Gegend noch ältere Modelle. Auch sie können als Fahrradfalle dienen. Für Wanderer und Mountainbiker ist Vorsicht geboten. Ja, man ist halt jetzt ein bisschen vorsichtiger unterwegs und hält immer die Augen offen, dass halt nichts Schlimmeres passiert. Die Strecke wurde jetzt mit Absperrband gekennzeichnet. Die Überprüfung der Gegend dauert noch an. Wer etwas gesehen hat oder Nagelfallen entdeckt, soll sich bei der Polizei melden. Auf alle Fälle heißt es hier eben, besonders aufpassen.